Also man merkt vielleicht, dass wir morgens haben und dass ich lange Zeit keine Minecraft mehr gespielt habe, die ich jetzt ungefähr fünfmal gesagt habe. Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Ender Games. Wir haben gerade 8 Uhr morgens in der Früh und wir haben den 24. Januar 2015 und ich bin der Dobi und wir spielen, es gibt Zielsucher. Und, ähm, genau, ich bin heute alleine. Weil, halt wegen Baum. Wundert euch nicht über fehlende PvP-Skills. Ich habe irgendwie eine Zeit lang viel zu viel CSGO gespielt, ich kann jetzt keine Mielekraft mehr. Oh ne, komm. Ich sag doch, ich bin so ne Wurst. Oh, da ist ne... Geil, Tobi. Echt geil. Mein Gott. Ich feier mich schon wieder. Küste! Oh. Die Küste möchte ich mir nicht nehmen, da wird eh einer früher da sein als ich. Hm. Genau. Ähm. Ähm, ich habe jetzt hier ein, ähm, Intro vorgestellt, was jemand für uns gemacht hat. Schreibt bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Ähm, ich weiß nicht, wir haben heute empfunden. Also in den nächsten Folgen wird das dann drin sein, ähm, bis diese Folge halt hochgeladen ist, weil dann sehe ich, ob ihr das gut fandet oder nicht. Und, ähm, genau. So wird's dann laufen. Ja, Tobi, deine Aussagen machen endlich mal Sinn, alter. Loy. Okay, Leute. Will ihr jetzt Minecraft abschmieren? Ne, will's nicht. Okay, Aufnahme läuft hoffe ich noch. Ähm. 70. 80. Vanit. So, kann der Typ jetzt auch mal zu mir kommen? Danke. So, äh, Dierschwert. Perfekt. Dann auch noch mal den, eben Wrecken. Du, 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 du. Tö, du, 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 du. Tö, du, 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 du. Und ihr merkt vielleicht, ich habe seit lange keine meine Kraft mehr gespielt. Siehlt. Sorry, Kumpel. Ach, scheiße, Hose weggeworfen. Danke. Alter, Aua. Okay, der ist da nicht oben. Das erst mal. Ähm... Den würd ich gerne mehr mithaben. Oh, shit, alter. Noob, du darfst doch nicht dein Schwert in der Hand halten, alter. WTF. Ich seh da auf einmal nur so... Das war wirklich ein Spion, der gesneakt hat. Aber du kannst ihn halt mit deinem Kompass tracken. Dadurch wüsste ich zumindest welche Richtung der Spieler ist. Und dann hab ich dort Schwert gesehen. Nur deswegen konnte ich dich killen, mein lieber Junge, falls du das siehst. Hm... Ah, nein, eigentlich hab ich ja Hex. Äh, dieses Schwert hab ich, dann crafte ich mir... Oh, Junge, alter. So. Könnt ihr mal jetzt aufhören, hier irgendwie low HP zu sein? Ich möchte auch mal irgendwie was craften. Ich find das nicht so geil. So. Craften wir uns ein. Ähm, das war dumm. Äh, ich bin so dumm. Äh, ich bin so dumm. Äh, ich hab keinen Lust. Äh, äh... Bäh. Also man merkt vielleicht, dass wir morgens haben. Und dass ich lange Zeit keine Mainer-Craft mehr gespielt hab, wie ich jetzt ungefähr fünfmal gesagt hab. Sehr gut, Tobi. Ähm... Also wir haben das ganze Inventar voller Tränke. Beziehungsweise die Hotbar. Was sehr geil ist, muss ich schon sagen. Oh. Ne, Moment. Ah, der Low-HP-Typ wurde getötet von einem nicht Low-HP-Typ. WTF? Okay, shit. Ist auf jeden Fall das Übel-Kanguru. Ne, ich muss mir jetzt erst Rüst und Craften, Alter. Ich hab schon noch Craft. Äh... Mhm. Okay, shit. Alter. Leute. Mein Gott, wie sind wir hier ins Finale gekommen. Ah! Hm... Ich presse den mal jetzt. Dann... hab ich nämlich diese zwei Herzen. Dann hab ich noch nen Bogen. Oh scheiße Alter, hier im Wald ist ganz unwitzig gegen ihn zu kämpfen. Hä? Hast Low-Ground? Kriegt ja aber nichts gegen mich. Kriegt ja aber nichts gegen mich. Yes, Alter. So GG, man. Okay, Leute. Äh... Äh... Ich kann nicht reden. Äh... Okay. Ähm... Ähm... Wie gesagt... Das neue Intro muss nicht unbedingt das... Äh... Das Intro, was hier vor war, muss jetzt nicht unbedingt das neue Intro sein. Wenn ihr das nicht gut findet. Äh... War auch nur ein Anfang. Wir waren jetzt... Ja... Wir fanden es ganz okay. Ähm... Der Typ ist in der Beschreibung. Solange wie ich das Intro hier vor die Kacke schneide. Und... Ähm... Damit ich sehe, ob euch dieses Intro gefällt. Oder so. Also ich denke, dass es besser ist als das andere. Aber Tom findet das zum Beispiel. Geht so. Und Flo findet das nicht gut. Ähm... Und deswegen denke ich mal, dass wir dann auf eure Meinung vertrauen sollen. Denkt dran, sagt auch einfach, wenn es komplett scheiße ist. Sagt, wenn ihr es geil findet. Ähm... Ich warte dann, bis die Folge aktuell ist. Und dann gucken wir mal, was so im nächsten Part für den Intro davor ist. Und bis dahin, gib dein Like. Schreibt das eben in die Comis. Bitte nicht vergessen. Ja, jeder muss dafür ein Comic schreiben. Haha... Okay. Ähm... Und ja, wenn euch so... Sowas gefällt, dann... Ähm... Ähm... Äh... Abonniert uns. Und... Äh... Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!